Ein Riesenapplaus für Mareike! Wir schauen uns ganz kurz an, Mareike war für euch unterwegs und hat Shorts gesammelt. Sie unterschreiben lassen. Sie unterschreiben lassen! Ratschieh! Frau Kieler! Ratschieh! Großartig, du hattest direkten Kontakt zu den Stars die ganzen Morgen, du warst unterwegs von Kabine zu Kabine, ne? Genau, ich war den ganzen Tag unterwegs, war Backstage.